Und woran ich gegengeblieben bin bin ich bei JungleFox, Eddyshkein. Ich möchte ihn nicht mehr brauchen, man macht es ja einfach. Hervollständigkeit halber. Gewinnen mit anderen Spielen in angegebenen Zeit bis 6. 30 Sekunden. 3, 2, 1, los! Das ist ja mal gar nichts, 30 Sekunden. Ach, ich bin da rein gefahren. Ich brauche die Raketen hier. Oder Hilfe von den beiden, ich weiß leider nicht wann die runter kommen. So, Cortex ist weg. Ne, na in den letzten Sekunden kommt der erste runter. Das ist aber zu kurz. Also zu spät kommen sie runter. 2, 1, los! Los! Na! Cortex, warum machst du die kaputt? Ja, komm, ich bin selber kaputt. Was? Weil es da noch irgendwie drauf zu hoffen. Ach, die, ach, es ist ja nur die Raketen, ey. Bekommen die ich bräuchte. Okay. Okay, ich versage. Wohl nicht mehr jeder viel hatte. 3, 2, 1, los! Los! Ne. Schmessing. Cortex leider nicht. Zeit abgelaufen. Dann hätte es funktioniert. 3, 2, 1, los! 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 4, 2, 1, los! 4, 2, 1, los! 6, 1, los! 4, 2, los! 5, los! Ich hab' ich gewonnen?! Jawohl, der letzten Sekunde! Quistell! Meine Kristall ist jetzt dran. Gehe den Angriffen des Totems aus dem Weg. Ach du Scheiße, ne. Ich fasse immer sehr, sehr gefährlich an. Alle, ja ist klar, ja ist klar, ja ist klar, ist klar, ist klar, macht doch schwerer, ja ist klar. Aber morgen ist Weihnachten, ja, ich bin hier, okay nur noch der. Ja, ich habe einen Hieb geschafft. Ich glaube, ich sollte immer abends spielen, da habe ich mehr Glück. So, ich habe gerade irgendwie so eine Glücksschräne. So, Gold Relikt. Ja, alles klar, oh das könnte wieder problematisch werden hier. Boah, die treffen schon wieder. Ma, wie oft kannst du ja nicht deine Scheiß Waffe abfeuern. Ja, ist klar, wenn der Teil nämlich berührt ist, sowieso fast zappt. Du bist ja. Ja, Griller wurde nicht komplett gemacht. Alter, das wird scheißschwer. 2, 1, los. Mein Akordix sieht mir fast genauso viel Energie ab. Oh. Ja. Keine Chance. Alter, wie lange soll ich denn hier dran sitzen eigentlich noch? Oh, wieviel der Tiny mir abzieht, ey. Das ist ja schon richtig übel. Toll, nur eine extra Mähne. Scheiße, wie nur eine falsche Schnecke. Oh. Boah. Was sollte ich machen? Hätte die scheiß Raketen, ey. 3, 2, 1. Das Wichtigste ist Bewegung. Und kein Schilschkant. Kommst du runter? Tu mir den Gefallen, tu mir den Gefallen, bitte, 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 bitte. Tu mir den Gefallen. Danke. Meine Gebete wurden erhöht. Du gewinnst. Aber lange dauert. Bei 43 kommt ja die Nummer bei einer Minute schon runter. 3, 2, 1, los. Los. Ja. Ja. Nein. mit raketen noch verlieren ich kann mich lieber mit tiny anlegen ja versagt ich einmal hängen da bis das beschissen so knapp und doch so fährt vom sieg kasse die waffe von den cortex ist so scheiße das platz ja keine chance keine chance ich darf wirklich mit einem dualieren das ist das problem und wenn ich hängen da bist du jetzt wieder schluss ja soll ich mich mit allen ja mit allen drei du leben und uns schluss ist feierabend nämlich einmal haben die dreien ist feierabend ich muss mir was ausdenken ach du scheiß tiny du die sind voll auf mich fixiert danke dass du die scheiß bumperfucht erledigt hast ja du versagst das scheiße schwer ich glaube ich muss mich immer erst darf mich nicht gegen cortex anlegen das ist echt ein problem lieber gegen tiny da habe ich nur eine chance gegen du versagst den cortex brauche ich nicht angehen mit seiner scheiß skrallwaffe da ja ich habe gerade echt das gefühl ich kämpfe immer gegen drei und die kämpfen nicht mehr gegeneinander das ist ja nicht über die zeit schaffen ja halt dein maul ich will dich mal sehen ey du sprecher du ey los ich war einmal dicht davor wo schauen die dreielle hin genau gestorben ist wundert mich dass einfach mal einen anderen stadt gemacht aber schon bin ich schon wieder eingekesselt hier durch und kann ich nicht durchfahren jetzt gewinne ich gar nichts mehr hier jetzt gewinne ich gar nichts mehr hier ich muss doch mal feuern hier aber ich treffe die aber auch jetzt momentan nicht wir werden so eine selbstfindungsphase hier weg da hat mich auch noch getroffen daher kommen ja bei einer minute geht darunter der down könnte alle bleiben das scheiß ding mal runter warum kommt das jetzt nicht runter ja endlich der es sich mal wieder aber wenn sie bei die da unten stehen was dauert das länger oder weg boah das ist ja voll gemein 1 ich komme nicht gegen zwei leute an und nicht gegen drei erst recht nicht alle drei auf mich 3 2 1 los 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 7 5 7 7 7 9 7 7 9 8 10 10 11 12 5 6 10 10 10 11 10 11 10 11 sieg mal wieder mal wieder käme das schloch gehen wir das dritte mal käme das schon haben auf mich zu schießen raketen kodex war für die gibt mir sowas von auf sagt ja teile ich dies ja gar nichts genau so offensack tot ist das ein dreck hier gerade kortex geht die teile ist ja okay du gehst mal sowas mag dem auf den sack dieser cortex bist ich ab mit dir nach oben bist ich ja genau gibt den teil noch raketen danke die fresse wir wechseln das spiel vergleiche endgültig ausraste aufgabe in der männer muss kein scheiß gold relikt scheiß cortex der kollektor meister und sagt mir seiner grüne waffe damit der aufgabe ist glaube ich schon bekannt die selber weg jetzt nicht mach ich es danke wer auch immer das war ich führe danke kong danke ich habe noch zehn sekunden schnell rüber schnell rüber quatsch gewinnt gott sei dank so einfach mal bis zum nächsten mal wenn es wieder ist let's play quatsch quatsch